Hallo liebe SCP-07-Fans. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Format 1 gegen 1. Ju wird jetzt ein Los ziehen und dann sehen wir, welches Spiel wir heute spielen. Merken ist das Spiel. Das Spiel heißt Merken und ich habe jetzt hier die Spielregeln. Auf dem Tisch liegen 15 Gegenstände. Wir beide haben 40 Sekunden Zeit, uns die Gegenstände einzuprägen. Dann werden die Gegenstände wieder verdeckt. Im Anschluss müssen wir aus dem Gedächtnis die Gegenstände aufschreiben. Dafür haben wir dann wieder 40 Sekunden Zeit. Und wer mehr richtige Gegenstände aufschreibt, gewinnt das Spiel. Ganz einfach. Läuft die Zeit? . . . Wie viel mehr hast du dir? Alle. Ich auch. Ich muss mich hinsetzen. Können wir? Hinsetzen ist angenehmer. Aber guck nicht. Okay? Können wir schnell? Ja, nein. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Du darfst noch ein paar aufschreiben, wenn du willst. Ist egal. Warte, ich mache kurz. Hast du? Scheiße. Okay. Also, Ball. Welchen Ball meinst du? Ball. Und ich habe da noch mal kleiner Ball. Okay. Hast du auch. Großes Kuscheltier. Du hast noch mal klein, was heißt das? Ja, das weiß ich nicht. Aber Großes, ne? Ja. Okay. Ente. Badeente eigentlich. Aber ist okay. Hast du? Hast du nicht, ne? Doch irgendwo. Oder nicht? Nee. Okay. Kamm. Hast du das? Ja. Jojo. Das habe ich nicht, glaube ich. Ne. Autogramm. Ja, hast du. Das ist aber eine Autogrammkarte. Schal. Ja, das ist ja logisch. Alles gut. Schal. Schal. Schlüsselanhänger. Den habe ich, glaube ich, nicht, oder? Nein. Schade. Kissen. Ja. Teetasse. Oder Tasse einfach. Ja. Karten. Ja. Kleiner Ball. Hast du nicht, oder? Ah, doch. Hast du. Kuscheltier. Haben wir schon bei mir gehabt? Echt? Ah, ja. Stimmt, stimmt. Weihnachtskugel. Die habe ich, glaube ich, nicht, ne? Federmäppchen. Ist das das hier? Ist das hier. Bei uns heißt das Etui. Das steht aber hier nicht drauf. Habe ich nicht aufgestellt? Nee. Du hast nichts mehr. Habe ich noch was? Scheiße, vielleicht hast du noch gewonnen. Jetzt will ich erst mal 10. Eins. Du hast elf. Scheiße, nein! Er hat zwölf. Mir geht mal eins. Gratulieren. Gratuliere. Zweiter Platz auch, bitte. Kriege ich meins? Den Namen weg. Liebe Fans, danke fürs Zuschauen. Nochmal Gratulation an Ju. Danke. Falls ihr Interesse habt an den schönen Sachen hier auf dem Tisch, dann schaut gerne mal im Fanshop vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020